Hallo und Willkommen. Heute gibt es ein Mod Spotlight zu der Mod Water Strainer. Die Mod Water Strainer wird dazu benötigt um Items durch das Wasser heraus zu fischen. Hierfür haben wir eben unseren Water Strainer, den setzt man hin und das direkten 1 auf 2 Multikonstrukt und hier müssen wir dann einfach nur die nötigen Materialien reinlegen. Darunter haben wir zum Beispiel Netze, also zum Beispiel diese hier, die eben zum einen hier ein bisschen mehr los sind, da können grobere Dinge durchfallen, hier die feineren, die dichteren und hier am Ende noch diesen besonderen, der nicht kaputt geht. Ich zeige das jetzt einfach mal vor. Wir können zum Beispiel dann mal diesen hier rausnehmen, machen hier Rechtsklick. Hier haben wir jetzt unser Fischernetz und wenn wir das im Wasser drin sitzen haben, dann können wir damit eben Items fischen. Bedeutet, wir müssen das einfach nur hier reinlegen und natürlich 1, 2 runter und müssten dann auch noch dieses Netz reinmachen. Moment. So und damit wäre der schon bereit, um eben Items zu fischen. Hierbei gibt es allerdings noch einige Parameter zu beachten, denn dieses Item funktioniert viel besser, wenn es zum Beispiel einen gewissen Biom ist oder wenn es, wenn das Wasser zum Beispiel nicht still ist, sondern fließt und das müssen wir alles mal beachten. Ich zeige das jetzt erstmal vor. Hier haben wir nämlich einen Effizienzmeter. Wenn wir da Rechtsklick machen, dann sehen wir zum Beispiel, der hat eine Effizienz von 20, weil wir eben derzeit in einem River Biom sind und das ist das Beste Biom, das so existiert. Und ja, hier habe ich zum Beispiel meine Forscher. Ich habe hier einfach mal das Ganze aufgebaut und dann seht ihr eben, hier ist stilles Wasser und alles darüber ist natürlich bewegendes. Wenn wir hier Rechtsklick machen, dann seht ihr, keine Effizienz ist da existierter. Dann haben wir hier 10% und alles weitere, alles weitere geht um 3% runter. Was auch zu beachten ist, wir dürfen diese nicht nebeneinander stehen haben. Also ich nehme jetzt einfach mal das beste Beispiel hier. Wir hatten hier 10%. Wenn wir jetzt daneben einfach hier noch einen hinstellen, dann, egal ob da jetzt ein Netz drin ist oder nicht, dann haben wir plötzlich minus 5%. Denn jeder, der darum ist, zieht nochmal 15% ab. Also wenn da jetzt zum Beispiel noch einer wäre, oder hier noch einer wäre, dann würde das Ganze sehr stark runterfallen. Ja, das soweit dazu. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man das am effizientesten aufbaut und danach erkläre ich euch genau, was da eigentlich raus droppt. Wir haben zum Beispiel hier ein Riverbiom. Genau, das könnt ihr rechts sehen. Also hier, auch wenn es sehr klein. Wobei, hier müsste es auch zu sehen sein, Biom. Also hier. Wenn wir das jetzt zum Beispiel hier hinsetzen, dann haben wir hier auf jeden Fall einen soliden Block. Und direkt daneben, Mensch, direkt daneben ist eben eine bewegliche Wasserquelle. Und wenn wir da jetzt das hinsetzen und dann eben zum Beispiel das hier reinlegen, dann haben wir eben eine 30%ige Effizienz. Wenn wir jetzt hochsteigen würden, dann haben wir hier zum Beispiel eine Bonuseffizienz von 10 oder hier sogar von 25. Wir legen das jetzt einfach mal rein. Moment. So. Und siehe da, wenn wir jetzt rechtsklick machen, haben wir eine Effizienz von 55%. Und das ist immer sehr wichtig. Also von daher würde ich euch empfehlen, so weit wie möglich zu gehen. Dann kommen wir zu den Items, die da rauskommen. Das habe ich dahinten bereits mal aufgebaut. Hier habe ich eben einmal die nicht so dichte Variante, wo eben Steine durchfallen können oder eben Materialien, die etwas grober sind. Ihr seht ja hier Clay, Stick, Stone und Planks. Hierbei ist auch zu beachten, das kommt ganz drauf an. Ich persönlich spiele jetzt gerade Vanilla. Ja. Und bei Vanilla ist es eben eine andere Droprate wie bei Modpacks, wo man das modifiziert. Wir können auch hier zum Beispiel nachschauen, wenn wir hier Shift drücken. Das sind ja jegliche Informationen. Zum Beispiel die Haltbarkeit, die sich hier erhöht. Und hier, dass es sogar verzauberbar ist. Und da steht eben dran, zu wie viel Prozent wir welches Item bekommen. Das Ganze gilt auch hier. Hier können wir zum Beispiel, darf ich es sehen? Okay, hier haben wir Goldnuggets. Also können wir Gold sammeln. Also wie eben das schon früher gemacht wurde. Und hier das Besondere, dieses Item geht nicht kaputt. Diese hier, die haben ja eine Haltbarkeit. Aber dieses geht nicht kaputt und da bekommen wir dann ganz viele verschiedene Items. Teilweise sogar Bücher. Verzauberte Bücher. Und hierbei ist allerdings zu beachten, hier müssen Würmer reingesteckt werden, damit das Ganze funktioniert. Bedeutet, es ist erstmals nicht automatisiert. Aber um es zu automatisieren, gibt es auch Möglichkeiten. Ich nehme das jetzt einfach mal raus. Und ihr seht auch direkt, da wird ein Bait erwartet. Aber wir können jetzt einfach mal daneben, auch wenn hier jetzt Wasser fließen wird, können wir einen Hoppe hinsetzen. Natürlich in Modpacks jegliche andere Varianten. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel die Würmer reinlegen, dann werden diese hier reingesetzt. Und damit ist das Ganze automatisierbar. Auch eine andere Sache, die ich persönlich sehr interessant finde, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Hoppe hier hinwerfen. Ist egal welches Item, da wird es genauso aufgesammelt. Das heißt, jegliche Items, die halt durchschwimmen, die würden gefarmt werden. Also auch eine Art Hoppe. Aber natürlich ist jetzt die Frage, wie kommen wir an diese Würmer. Hierfür gibt es extra eine Schaufel, die Garten Trouble. Und wenn wir diese jetzt verwenden, dann blüge ich mal jetzt aus dem Game-Mode raus. Und damit einfach Glöcke erbohren. Dann kommen hier ab und an Würmer. Und damit haben wir auch diese Würmer, die wir benötigen. Die können wir dann einfach hier reinlegen. Ja, und siehe da, der kann jetzt weiterarbeiten. Was ja auch noch zu sehen ist, dieser Bait-Pot. Der funktioniert natürlich nur, wenn ihr Würmer habt. Denn hier gibt es keine Würmer. Und dadurch könnt ihr auch hier nachlesen. Und dadurch habt ihr eine 50%ig höhere Effizienz. Und, ne, eine höhere Effizienz, mein Fehler. Und eine 50%ige Chance, dass der Bait nicht kaputt geht. Also, dass die Würmer eben nicht dabei sterben oder weggenommen werden. Also, das soweit zu dieser Mod. Ich persönlich finde diesen Mod sehr praktisch. Vor allem am Anfang, dass man eben an normale Items ankommt. Ohne dabei groß viel zu tun. Denn ihr seht ja selbst, hier wird einfach nur sowas aufgebaut. Und man farmt sich direkt Gravel oder sogar Gold. Ja, oder hier natürlich auch Holz, was sehr praktisch ist. Denn dann brauchen wir keine Baumform mehr. Also dann, ich hoffe es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hallo nochmal. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass doch gerne ein Abo da. Auch ist mir deine Meinung sehr wichtig. Daher teilst du mir mit einem Like oder Dislike mit. Ansonsten findest du hier noch mehr Videos, die dir gefallen könnten. Dann können wir avenin. Dann können wir es mit dem mentionnen. Dann kann ich mich übersehen. Dann führate ich mich über dir auf den K Centrum. Und dann können wir das Video gehen. Dann schauen wir's mal an. Dann können wir skulle sein, wegzus barnalisieren und einfach Europas im 알stellen. Dann geht ihr die Kontfinretungen werden. Dann kann ich nicht machen.